So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier auf dem Königsfriedhof vom Spiel Baldo, The Guardian Olds. Ja, der Rodia-Königsfriedhof, der hat uns im letzten Part doch ein bisschen zu sehr an der Nase herumgeführt. Oder anders gesagt, ich bin mal wieder dem Spiel auf den Leim gegangen. Ja, der Brunnen hat uns, ehrlich gesagt, zu einer Gruft geführt, wo wir auch irgendetwas machen können. Und vielleicht auch sogar, was ja sehr wahrscheinlich ist, da auch was machen werden. Aber jetzt aktuell überhaupt noch nicht. Generell war es auch ein bisschen komisch gewesen, dass sich der Brunnen, also der Weg in den Brunnen hinein, erst aktivierte, als wir, ehrlich gesagt, aus einem anderen Gebiet wieder herkamen. Das war wohl ein kleiner Fehler des Spiels. Und ja, des Weiteren habe ich, sag mal, wieder einen Fehler gemacht. Denn ich habe, sag, hierauf nicht geachtet. Dieser goldene Schalter. Ja, ich habe auf diesen verdammten goldenen Schalter nicht geachtet. Und dann so dran nachgedacht, wozu ist der Kürbis? Nicht hierfür da, was ich jetzt gemacht habe. Der Kürbis ist natürlich jetzt hier dafür da gewesen, dass wir den goldenen Schalter betätigen können. Ja, der war einzig und allein zum Werfen da gewesen. Die Antwort des großen Ganzen war, wie es aussieht, ziemlich einfach gewesen. Und ich habe die einfache Lösung überhaupt nicht gesehen, mal wieder. Tja, jedenfalls werden er, sag ich, den Hund heute endlich retten können. Wie es sich herausgestellt hat, hat er wohl höchstwahrscheinlich ein Loch gegraben. Und ist irgendwie da zum, ja, keine Ahnung, zum Ghoul hingekommen oder wie auch was immer. Zum Grabwächter. Und hat dann erstmal so dadurch uns diesen ganzen Ärger hier bereitet. Aber trotz allem sehr schlauer sind wir bis jetzt noch nicht geworden. Naja, aber der ganze andere Kram macht jetzt erstmal Sinn. Auch wenn ich mir es nicht, es mir nicht gerade sehr gut vorstellen kann, dass dieser große Hund durch dieses kleine Loch geklettert sein soll. Naja, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Oder doch? Nein, anscheinend gibt es hier nichts. Also sprechen wir mal mit dem Typen. Dummer Hund hat versucht, meinen Stab zu stehlen. Der gehört mir. Hör auf, Tero. Einen Friedhof zu pflegen ist schon schwierig genug. Kind, was tust du hier? Ich bin Tero, der Grabhüter. Und dies ist mein Friedhof. Äh, Friedhof. Nun, er gehört nicht mir, aber ich kümmere mich um ihn. So wie mein Vater vor mir tat. Es ist ein einsames Geschäft. Kaum jemand möchte mit mir sprechen. Außer meiner Kindheitsfreundin Saraya. Sie war so nett zu Tero. Sieh dich ruhig um, aber fass auf keinen Fall etwas an. Unter dieser Erde ruhen die Knochen von Menschen, die sich um Rudia verdient gemacht haben. Hm, ich sehe, du hast eine Schaufel. Gute Wahl. Ein guter Tag beginnt immer mit einem guten Loch. Wie Tero immer sagt, beim Graben finde ich hin und wieder wirklich seltene Gegenstände. Ich habe zu Hause eine wundervolle Sammlung von Goldgegenständen. Aber leider habe ich nie etwas gefunden, was dem König oder der königlichen Familie gehörte. Was, du willst wissen, wozu dieser Schlüssel da ist? Ich weiß nur, dass man damit die Tore zum alten Gefängnis von Kitoge aufsperren kann. Sicher möchtest du hingehen und mit deiner kleinen Schaufel auf die Suche gehen. Jetzt wurde es erwähnt. Ich habe beim letzten Mal im Savurka-Gefängnis noch einen anderen wichtigen Schlüssel verloren. Er öffnet das Tor zum Bobo-Tempel auf der Sinaru-Aue. Nun, es spielt keine Rolle. Ich gehe nicht noch einmal darunter. Das ist viel zu gefährlich und Tero sagt, ich bin zu jung zum Sterben. Hatten uns jetzt Tero einen Schlüssel gegeben? Und kann es sein, dass Tero ein Loch hat? Ein Loch im Bauch hat? Und dann, wie dem aus sei, wie dem aus sei. Hm, was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Sollen wir ihn noch einmal ansprechen für den einen Schlüssel? Schatz für Tero, in einem kleinen Gerangel mit dem Hund Corsetta hat der Grabpüter Tero Beide gesagt, dass er den Schlüssel aus dem Savurka-Gefängnis im Kitoge-Dorf gegen einen seltenen Gegenstand tauschen würde, der einst den Königlichen gehört hatte, um so ein wichtiges Teil für seine Sammlung goldener Gegenstände zu halten. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was jetzt als nächstes so geplant ist. Wenn wir erstmal eben den seltenen Gegenstand... Warte mal, nein. Naja, ich denke, wir müssen doch erstmal Luna suchen. Nach einem kleinen Gerangel mit dem Hund Corsetta hat der Grabpüter Tero Beide gesagt, dass er den Schlüssel aus dem Savurka-Gefängnis im Kitoge-Dorf gegen einen seltenen Gegenstand tauschen würde, der einst den Königlichen gehört hatte. Hm, okay, aber das hilft uns jetzt auch gerade nicht sehr viel weiter. Wir müssen, wie es aussieht, wirklich erst einmal Luna finden. Denn das Savurka-Gefängnis wäre dann, wie es aussieht, der nächste Schritt auf unserer Tagesordnung. Oder andersrum, wie es aussieht, der nächste Schritt auf unserer Reise. Ah, Moment, wartet mal. Kriege ich jetzt also keine Belohnung von den Deppen hinter mir? Weil wir seinen Hund gerettet haben? Höchstwahrscheinlich wohl nicht, oder? Nein, der reagiert überhaupt nicht. So, was ist da drüben los? Hm, da drüben ist eine Schatztruhe, aber da kommen wir aktuell nicht hin. Was ist das? Ein Koch. Oh, was ist das? Gewürzt dran, ganze Flasche. Äh, mal sehen. Sackt und Öl gemischt bietet für längeres Schutz vor Kälte. Noch mehr Schutz vor Tränke. Erkälte. Na, mal sehen, was wir hier noch alles... ...finden können. Ein versteckter Schalter muss hier auf jeden Fall sein. Tja, hier kommen wir aktuell, wie es aussieht, wirklich nicht weiter. Dann reden wir doch erstmal mit dem Koch hier. Und mal sehen, vielleicht kriegen wir noch was irgendwas. Ah, willkommen mein Gast aus. Du hast doch wohl keine Angst vor meinem Messer, oder? Nicht mit diesem Schwert auf deinem Rücken, schätze ich. Aha. Probier doch eins unserer Fischgerichte. Sie schmecken alle köstlich und sind absolut frisch. Meine Kunden sind sehr anspruchsvoll und ich will sie nicht enttäuschen. Hast du Fisch? Ich bin immer auf der Sonne frischen Fisch für unsere Küche. Ich denke jedenfalls nicht, dass wir Fisch haben. Nein, so... Warte mal, das ist nicht das Richtige gewesen. Nein, wir haben trotzdem keinen Fisch. Aber gut, wir haben jetzt wenigstens Schinken. Wir haben Brötchen. Und wir haben jetzt, wie es aussieht, eine weitere Eulen-Statue gleich hier. Ach, verdammt mal, wir brauchen hier drei Sonne-Orbs. Na, dadurch kommen wir jetzt erst mal nicht weiter. Und anscheinend bräuchten wir hier irgendwie Feuer. Und das wiederum ist hier bis aus dem Gasthaus. Äh, ja, Gasthof. Okay, ich konnte knappe ankommen, bevor es mich entdeckte. Was du weißt nicht, was Bobos sind. Sind der reine Geiste Gräser, friedliche, niedliche, kleine Kreaturen. Man findet das Statum von Bobos und ganz Rodia. Und auch im Rest des Landes. Ich befürchte, dass auf Flora etwas Schlimmes zugeschossen ist. So weißt wirklich nicht, wer Flora ist. Sie ist gestern. Wurde zu Ehren des Geistes Waldes gebaut. Flora, sie ist die Tochter vom großen Ramo, den Gott der Wälder. Einem heiligen Wesen, das in den Bergen lebt. Nur wenige wissen, worum man ihn findet. Darum behaupten so viele Menschen, die dann nur Legende. Aber ich weiß, sie sind real. Ich habe Flora einmal nachts getroffen. Sie kann nur nach Sonnenuntergang Gestalt annehmen. Jemand sollte nach Ramo suchen. Er ist vielleicht der Einzige, der weiß, was mit seiner Tochter Flora geschehen ist. Okay, wir haben jetzt wieder mal eine interessante neue Quest angenommen. Die scheint wohl auch wichtig zu sein. Aber scheint, wie es aussieht, auch ziemlich weit entfernt zu sein. Der große Ramo. Naja, wir müssen jetzt sowieso erst mal versuchen, weiter Luna zu finden. Das ist natürlich erst mal wichtiger. So, da scheint eine kleine Menge Energie wieder her. Der Rottrank. Sehr interessant. Aber aktuell hilft uns das Ganze wirklich nicht weiter. Und einen Tag-Nacht-Wechsel können wir, wie es aussieht, auch noch immer noch nicht. Hier vollführen. Tja, und das hier ist erst mal eine klitzekleine Stadterkundung. Aber wir müssen so oder so noch zum Schloss von Rodea hin. Und ansonsten, jetzt hat er uns sowieso auch mal wieder gesehen. Wir brauchen von irgendwoher demnächst Feuer. Entweder Feuermagie oder irgendeine Fackel oder irgendein mechanisches Gerät. Das war auf jeden Fall jetzt, wie es aussah, ein Dungeon. Weil die anderen beiden Deppen hier... Weshalb auch immer die mir jetzt immer noch folgen. Nicht mitkommen konnten. Aber ernsthaft, das erklärt sich mir jetzt hier aktuell nicht so ganz, weshalb die beiden mir noch folgen. Die haben doch jetzt keinen Grund, der sagt, mir weiter zu folgen. Und im Kampf sind die auch ein bisschen unnütz. Aber gut, das könnte das Schloss Rodea sein. Wir müssen anscheinend von der anderen Seite da rein. Aber ja, es ist eigentlich jetzt bloß... sinnvoll, hier hinzugehen. Denn es wird sicherlich auch Story relevant sein, jetzt als nächstes, nachdem wir den Hund gerettet haben, Luna zu finden. Oder wie sieht's hier aus? Luna und Rodea aufsuchen. Luna, geht es gut? Äh, Geheim Ollendorf, Inor im Dorf Kidog erzählt hat, öffnen lässt. Sie glaubt, dass der Schlüssel irgendwo im Schloss versteckt ist. Ja, da müssen wir ja auch jetzt hier längs. Da müssen wir jetzt wirklich irgendwie einen Weg ins Schloss hineinfinden. So, was ist das? Willkommen in Nordrassert im Haus der Kräuterkunde. Äh, ne, ich glaube irgendwie nicht, dass das jetzt interessant wäre. Aber gut. Okay, nicht gerade so jugendfreundlich. Aber gut, was gäbe es denn hier zu kaufen? Hallo, mein Junge, was führt dich in Odessas Kräuter, Lechien? Mal sehen, du bist bald, du nicht wahr? Luna erzählte mir von einem Jungen aus Kidogel. Aber sie hat mir verschwiegen, was für ein hübscher Bursche du bist. Sieh dich ruhig um, wenn du etwas brauchst. Ich muss mich um ein wichtiges Problem kümmern. Etwas verderbt die Wälder. Vor ein paar Tagen besuchte ich meine Schwester Maneko, um mir einige Getränke zu besorgen. Auf den Rückweg ging ich durch die Bobowälder, wo ich eine schreckliche Entdeckung machte. Eine der reinen Blumen war abgestorben. Und der Eingang zur Grube war versiegelt. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden. Oder die dunklen Kräfte infizieren die Wälder. Ich habe eine reine Blume hier in einer Vase in meinem Laden. Aber sie ist noch zu jung. Ich brauche den Staub der Erneuerung, um sie zum Blühen zu bringen. Der Staub wird nur in einem Ort hergestellt. Ursulas Mühle. Sie ist meine Schwester. Was? Bist du überrascht? Ach komm schon, sei nicht so schüchtern. Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, ob meine Schwester so schön ist wie ich, nicht wahr? Nun, wir sind Drillinge. Odessa, das bin ich, Ursula und Maneko. Die denkt, sie sei die Hübscheste, weil sie ein Hexe ist und mit Katzen sprechen kann. Aber ich hatte unzählige Verehrer, als ich noch jünger war. Was tut du nicht, als es meine besten Tage schon gezählt sind? Ja, interessant. Ursula, die Müllerin. Maneko, die Hexe. Und noch viele weitere. Warte. Hm, Staub der Erneuerung. Okay, okay, okay. Wir haben hier, wie es aussieht, viele Missionen jetzt vor uns. Aber zuallererst müssen wir, glaube ich, Luna finden. Dann müssen wir ins Savuka. Gefängnis. Und wer weiß, was dann eigentlich als nächstes käme. Warum contrario, was dann achtt ihre Chemie nicht vor uns? Ups, Körgeln. Ich hab, wie sagen Sie, diese Er scoffen. Neh, was dann das? Äh, was nie so幅zuziehen, die wir nicht головern. Im тво Perrin beherrschen. Okay, als allererstes müssen wir mal sehen, was wir hier finden können. Wir müssen ja so oder so noch einen Weg in... Tja, wir müssen ja noch einen Weg hinein ins Schloss finden. Und ich glaube, den Weg haben wir jetzt gefunden. Das ist der Königsgarten hier. Hm, schien aber jetzt auch ein bisschen uninteressant zu sein. Aber gut, wir haben einen netten Rückweg jetzt hier gefunden. Und durch irgendwoher hatten wir jetzt auch noch Magie erhalten. Magie erhalten. Okay, ist gerade nicht gerade, ist ja einfach einen Weg hinein ins Schloss zu finden. Ach, die bewegen sich? Okay. Okay. Ob wir dann eigentlich gleich direkt in den Haupteingang hinein spazieren dürfen? so 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 tja ich weiß jetzt nicht so recht weshalb wir jetzt hier längst gehen muss sieht er aktuell nicht danach aus als würden wir hier irgendwie weiterkommen können ok werden wir einmal entdeckt ist es dann auch schon vorbei aber wir müssen auch irgendwie einen vernünftigen weg hier finden aber irgendwie finde ich hier keinen vernünftigen weg aktuell und manche wachen scheinen wie es aussieht hier einfach nur fest stillzustehen also irgendwie müssen wir versuchen uns besser zu tarnen wie hat der uns jetzt eigentlich entdeckt ok ein bisschen mehr konzentration jetzt so 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 sieh mal an wir könnten er sagt sogar auch die leute ablenken ok 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 man kann ablenkmanöver starten das ist ja schon mal gut zu wissen aber wir müssen doch erstmal richtig hinkriegen können so 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 Tja, blöde Situation jetzt hier. So einfach geht es, wie es aussieht nicht. Ich wüsste aber jetzt nicht so einfach, wo ich hier ein Ablenkmanöver starten soll. Okay, das war jetzt. Gut gedacht, aber wir konnten uns nicht so schnell wieder wegbewegen. Okay. 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 Also irgendetwas übersehe ich jetzt hier ganz. Okay. 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 So irgendetwas übersehe ich jetzt hier, wie ich hier weiterkommen kann. So irgendetwas übersehe ich hier und ich weiß nicht so genau, wie soll ich jetzt die Leute da wegbewegen. Gute Frage, nächste Frage. Wenn wir es doch wenigstens irgendwie hinkriegen könnten, dass der Typ sich in die andere Richtung hindreht. Aber da passiert überhaupt nichts aktuell. Tja, keine Ahnung, wie sieht es eigentlich aus mit dem Typen auf der anderen Seite? Warte, in welche Richtung guckt der denn jetzt? Warte, der schaute doch jetzt eben in die andere Richtung. Nein, doch nicht. Oh nein. Was ist das? Tja, solange der Knabe sich nicht in die andere Richtung dreht, habe ich keine sehr gute Möglichkeit, hier voranzukommen. Aber die reagieren ja so gut wie gar nicht darauf, was ich hier mache. Wieso ich denn jetzt hier vorankomme? Tja, was genau habe ich jetzt übersehen? Nein, das klappt der Sack nicht. Ich kann nicht an denen hier vorbeirennen. Und einen Geheimgang oder so gibt es hier leider auch nicht. Ist das jetzt eine blöde Situation wieder. Kaum hatte man das eine Problem gelöst mit dem Friedhof, schon haben wir hier das nächste Problem. Menschenskinders, diese Wachen reagieren ja aber auch auf gar nichts, was ich hier zerbreche. Ja klar, darauf reagiert er. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Oder habe ich vielleicht hier irgendwas übersehen? Irgendeinen Geheimgang, irgendein Mechanismus. Ja. Ja. Hein? Ja? Ja. Ja, ja. Da ist es. Jemand. Es war noch an der Tat Es. Was. Ja? Na! Eшь. Hä? Okay, 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 okay. Die reagieren nicht auf sehr viel, aber wenn die auf was reagieren, dann ist es ein bisschen unrealistisch. Okay, gut zu wissen. Er bleibt, er sagt, jetzt in dieser Position stehen. Aber jetzt aus irgendeinem Grund hat der andere mich wieder entdeckt. Vielleicht funktioniert der das gleiche auch noch auf der anderen Seite. Wenn ja, dann hilft es mir jetzt weiter. Na toll, ich bin wieder ungeduldig. Aber egal, wie ungeduldig ich jetzt bin, so kann das Ganze jetzt natürlich ja funktionieren. Oder auch nicht so ganz. Wieso bleibt er jetzt eigentlich da stehen? Hä? Okay, da war wie's... Außer auch noch ein kleiner Fehler hier gewesen. pics j�ph Gold confirmier方f so erleden. Oder bei mir.